Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Löwe, deine natürlichen Problemlösungsfähigkeiten sind ein wertvolles Gut, das du heute gut nutzen solltest. Du hast die angeborene Fähigkeit, Situationen zu untersuchen und Geheimnisse zu lüften. Wenn du auf etwas stößt, das dir rätselhaft oder rätselhaft erscheint, solltest du dich nicht scheuen, das Problem direkt anzugehen. Gehe systematisch vor und wende Methoden der Schlussfolgerung und des Ausschlussverfahrens an. Vertraue auf deine Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, und mit Beharrlichkeit wirst du die verborgenen Realitäten in kürzester Zeit enthüllen. Es gibt Tage, an denen selbst die abenteuerlustigsten Seelen wie du eine Pause von der Aufregung brauchen, und die heutige Himmelsausrichtung legt nahe, dass dies einer dieser Tage für dich sein könnte. Dein typisch lebhafter Sinn für Humor könnte sich in einem vorübergehenden Schlummer befinden. Es ist möglich, dass sich deine expansive Natur nach innen gewendet hat und dich dazu bringt, über die Vergangenheit und den vor dir liegenden Weg nachzudenken. Diese Reise nach innen hat das Potenzial, große Erkenntnisse zu bringen. Ziehe in Erwägung, Yoga in deine Routine einzubauen, denn es kann dir bei diesem Prozess der Selbstfindung und Reflexion wertvolle Unterstützung bieten. Es ist wichtig, den Einfluss der Menschen in deinem unmittelbaren sozialen Umfeld auf dein Leben und deine Entscheidungen zu bewerten. Löwe, deine natürliche Veranlagung könnte dich dazu bringen, dich den etablierten Rhythmen und Mustern deiner Mitmenschen anzupassen. Nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, ob du dein Schicksal mit denen, die dich umgeben, in Einklang bringen willst. Der heutige Tag bietet eine wunderbare Gelegenheit zur Kommunikation und Verbindung mit einer Vielzahl von Menschen. Wenn du auf der Suche nach einer besonderen Beziehung bist, sind die kosmischen Energien besonders günstig. Es ist aber auch wichtig, deinen sozialen Kreis zu erweitern und neue Bekanntschaften zu schließen. Bedeutungsvolle Gespräche sind der Schlüssel zum Aufbau von Verbindungen und zur Pflege von potenziellen Beziehungen. Obwohl du nie um Worte verlegen bist, sind dein Witz und dein Charme heute wahrscheinlich noch ausgeprägter als sonst. Im großen Gobelin deines Lebens wartet in diesem Monat eine himmlische Botschaft von großer Bedeutung auf dich. Mach dich auf eine Enthüllung gefasst, die dich zunächst aus dem Gleichgewicht bringen könnte, ähnlich wie ein Blitz, der durch einen verdunkelten Himmel fährt. Diese unerwartete Nachricht mag dich zunächst verunsichern, aber letztendlich wird sie als Katalysator für eine bemerkenswerte Veränderung in deinem Leben dienen. Es ist, als würde das Universum dich ermutigen, dich von den Zwängen der Vergangenheit zu befreien und die Chancen der Zukunft mit offenen Armen zu begrüßen. Nimm diese Veränderung an, denn sie ist der Schlüssel zur Entfaltung deines vollen Potenzials. Vertraue auf den lenkenden Einfluss der Sterne und die Weisheit deines Inneren Selbst, um diese aufregende und transformative Reise zu meistern, die vor dir liegt. Heute beginnt Jupiters Rückläufigkeit im Stier, und es ist wichtig zu erkennen, dass diese Phase alles andere als ungünstig ist. Entgegen der landläufigen Meinung ist dies eine ideale Zeit, um die nächsten Kapitel deines Lebens genau zu planen. Das Glück wird auf deiner Seite sein, wenn du dich in den Bereichen Finanzinvestitionen und Beziehungen zurecht findest. Auch wenn der Fortschritt in dieser Phase langsamer vonstatten geht, schmälert das nicht den Wert der Ergebnisse, die du letztendlich erzielst. Genieße diese Zeit der Selbstbeobachtung und der sorgfältigen Strategieentwicklung und erlaube deinen Zielen, in ihrem eigenen Rhythmus zu reifen und sich zu verwirklichen. Das Universum hat eine Art, die Ereignisse zu deinem Vorteil zu gestalten, selbst in einer rückläufigen Bewegung. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Der Ritter der Schwerter steht für schnelles Handeln, Ehrgeiz und eine entschlossene Natur. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Energie des Ritters der Schwerter spüren könntest, die den starken Wunsch beinhaltet, entschlossen zu handeln und deine Ziele mit Begeisterung zu verfolgen. Sie steht für eine Zeit der Entschlossenheit und das Potenzial für schnellen Fortschritt. Der Ritter der Schwerter ermutigt dich, deine Ziele selbstbewusst zu verfolgen und Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen. Er erinnert dich daran, dich auf deine Ziele zu konzentrieren und mutig zu sein. Diese Karte lädt dich dazu ein, eine mutige und ehrgeizige Haltung einzunehmen. Der Ritter der Schwerter wird von dem Eremiten begleitet. Diese Karte steht für Introspektion, innere Weisheit und Einsamkeit. Sie steht für eine Zeit, in der du nach inneren Antworten suchst, in der du die Einsamkeit findest, um nachzudenken, und in der du durch innere Erkundung tiefere Einsichten gewinnst. Der Eremit lädt dich dazu ein, dir Zeit für Selbstbeobachtung und Selbstfindung zu nehmen. Er erinnert dich daran, auf deine innere Stimme zu hören und die Weisheit in dir zu suchen. Diese Karte steht für eine Zeit, in der du durch Momente der Einsamkeit und des Nachdenkens Klarheit und Verständnis erlangst. Der Ritter der Schwerter und der Eremit bilden zusammen eine interessante Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Schwerter betont Ehrgeiz und Entschlossenheit, während der Eremit die Bedeutung von innerer Weisheit und Selbstbeobachtung hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Schwerter zu eigen, indem du schnell und entschlossen auf deine Ziele zugehst. Sei mutig und durchsetzungsfähig in deinen Bestrebungen und bleibe auf deine Ziele fokussiert. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Eremiten, indem du dir Zeit für die Selbstbeobachtung nimmst und die Weisheit in deinem Inneren suchst. Finde Momente der Einsamkeit und Besinnung, um Klarheit und ein tieferes Verständnis zu erlangen. Diese Deutung steht für einen Tag mit ehrgeizigen Aktionen, Selbstfindung und dem Potenzial, innere Weisheit zu erlangen. Mache dir die Energie des Ritters der Schwerter zu eigen, indem du mutig vorgehst. Nutze die transformativen Qualitäten des Eremiten, wenn du nach Antworten in deinem Inneren suchst und die Einsamkeit zum Nachdenken suchst. Denke daran, auf deine innere Stimme zu hören und die Weisheit deines Inneren selbst zu suchen. Handle entschlossen, um deine Ziele zu erreichen, und suche Momente der Einsamkeit, um tiefere Einsichten zu gewinnen. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Schwerter und des Eremiten kombinierst, kannst du mit Ehrgeiz, innerer Weisheit und dem Potenzial für schnellen Fortschritt und persönliches Wachstum durch den Tag gehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!